Ich sah einen Engel hoch am Himmel fliegen. Er hat die Aufgabe allen Menschen auf der Erde, allen Stämmen und Völkern, den Menschen aller Sprachen und Nationen eine ewig gültige, rettende Botschaft zu verkünden. Hip, hip, hurra! Nola ist wieder da. Und die Tiere auch? Und du auch? Na, dann geht's jetzt weiter mit der nächsten Geschichte. Alles anders. Kiki und Timo laufen neugierig durch die schmalen Straßen des Ferienorts. Hier sieht alles anders aus als zu Hause. Obwohl sie nur drei Stunden mit dem Auto gefahren sind, haben sie das Gefühl, ewig weit weg zu sein. Schau mal, die kleinen Fenster überall, sagt Timo. Eine Frau, die mit ihrem Fahrrad vorbeifährt, lacht die Kinder an und grüßt freundlich. Äh, das ist ja lustig. Die Menschen grüßen auf der Straße, obwohl sie einen gar nicht kennen. Und sie radeln ohne Helm. Papa und Mama kaufen derweil mit Leonie und Maike im Supermarkt ein. Als Kiki und Timo an einer Bäckerei vorbeikommen, können sie dem Duft nicht widerstehen und gehen hinein. Kann ich Jule helfen? Fragt ein älterer Mann. Äh, Kiki und Timo schauen ihn verlegen an. Ach, kommt die aus Deutschland? Fragt er. Die Kinder nicken. Der Mann schenkt beiden eine kleine Teigschnecke. Danke. Mh, die schmeckt nach Zimt. Als Kiki und Timo wieder am Supermarkt ankommen, stehen die anderen schon an der Kasse. Schokostreusel, ganz viele verschiedene, erzählt Maike aufgeregt. Leonie findet das Glas Spekulatius als Brotaufstrich am besten. Im Ferienhaus wird alles ordentlich weggepackt. Dann stürmen die Kinder die Treppe hoch zu ihren Schlafzimmern. Sogar die Möbel sind hier anders. Total cool. Nach einer Weile erscheint Papa oben an der Treppe mit einem großen Teller in der Hand. Darauf liegen Brote mit Schokostreuseln. Die knacken sie schön zwischen den Zähnen. Nur das Brot findet Kiki ein bisschen pappig. Holland ist echt cool, freut sich Timo. Und so schön anders, meint Leonie. Es gibt so viele Länder auf dieser Erde. Und jedes Land hat seine ganz eigenen Traditionen, seine eigene Sprache oder eben auch sein eigenes Klima. Und trotzdem gehören wir alle zusammen. Denn Gottes Liebe gilt für alle. Und die Nachricht, dass Jesus unser Retter ist, soll alle erreichen. Und deshalb düse ich jetzt los und werde diese Nachricht verbreiten. In jedem Land, okay? Auf los geht's los. Los! Los!